Es ist wieder mal alles anders gekommen als geplant. Dieses Video sollte eigentlich zeigen, wie du einfach und günstig ein Backup machen kannst und damit keine Ausreden mehr hast, auf ein Backup zu verzichten. Ich wollte dir hier den Anbieter Backplace vorstellen. Ich hätte mich natürlich über die Affiliate-Kommission gefreut, wenn du den Link in der Videobeschreibung genutzt hättest oder nutzt. Mir ist jetzt aber hier was aufgefallen, warum ich den Anbieter überhaupt nicht empfehlen kann. Ich erkläre es dir nach dem Intro. Für mich persönlich ist wichtig, dass meine Daten verschlüsselt in der Cloud liegen. Das heißt für mich, dass der Anbieter nicht auf die Dateien zugreifen kann. Und das verspricht auch Backplace. Aber dieses Versprechen hält Backplace nicht ein. Aber schauen wir erst mal nach dem Werbeversprechen. Ich bin hier auf Backplace.com und gehe mal hier auf Persönliches Backup. Jetzt suche ich mal hier auf der Seite nach Verschlüsselung. Hier steht, Ihre Daten sind verschlüsselt gesichert. Und hier wird ganz groß mit SSL geworden. SSL ist aber nur für die Übertragung relevant. Das kennst du hier zum Beispiel von dem Schloss hier oben. Das ist auch eine SSL-Verschlüsselung, aber das ist halt nur die Übertragung der Daten. Also man kann nicht in die Leitung reinschauen und sehen, was da übertragen wird. Hier steht aber noch was anderes und zwar persönlicher Schlüssel. Sie können die Sicherheit durch die Verwendung eines persönlichen Verschlüsselungsschlüssels weiter erhöhen. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, kann Backplace es Ihnen nicht zusenden. Ja gut, ein Passwort sollte man nie zusenden können. Das mal nur so am Rande. Aber ja, hier ist die Idee halt, dass die Daten quasi verschlüsselt von meinem Computer auf Backplace übertragen werden. Ich gehe mal in die Backplace Software und zeige dir auch, wie ich das gemacht habe. Hier kann ich auf Einstellungen gehen. Und unter Sicherheit gibt es den privaten Schiffrierschlüssel. Den kann ich sogar ändern. Ich habe hier also einen auch eingegeben. Man sieht, dass man hier erstmal einen alten eingeben muss. Das heißt, ich hätte ja die Hoffnung gehabt, dass die Daten quasi von meinem PC verschlüsselt auf Backplace übertragen werden. Wenn ich jetzt also meine Daten wiederherstellen muss, brauche ich zwingend diesen privaten Schlüssel. Schauen wir mal, wie das geht. Ich gehe hier auf mein Konto, gehe hier auf Wiederherstellungen oder meine Wiederherstellungen. Da sehe ich jetzt noch nichts. Das war nämlich falsch. Ich muss jetzt hier Dateien anzeigen oder wiederherstellen gehen. Hier habe ich jetzt die Option, die ganzen Daten runterzuladen. Klar, was sonst? Und bevor ich jetzt hier irgendwas machen kann, muss ich den Schiffrierschlüssel eingeben. Macht jetzt nur bedingt Sinn, denn sobald ich den jetzt hier auf der Webseite eingebe, hat ja Backplace doch irgendwie wieder den Schlüssel. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich habe jetzt hier keine kritischen Daten drin. Gebe das Ganze mal ein. Klicke hier auf Freischalten. Und jetzt kann ich hier meine Daten sehen. Was ich ja machen will, ich will die wiederherstellen. Ich klicke also alle an, beziehungsweise ich klicke nicht alle an. Wir machen es jetzt mal mit ein bisschen weniger Daten. Ich nehme jetzt einfach nur mal hier meinen Ordner des Benutzers und sage dann einfach hier unten mit Wiederherstellung fortfahren. Was Backplace jetzt im Hintergrund macht, ist, die packen jetzt diese Daten in eine ZIP-Datei. Das dauert jetzt einen Moment, aber in der Zwischenzeit kann ich dir schon mal erklären, was das Problem ist. In dem Moment, wo ich diese Wiederherstellung anstarte, liegt diese ZIP-Datei unverschlüsselt auf dem Backplace-Server. Ich hätte ja persönlich gehofft, dass diese ZIP-Datei vielleicht jetzt nochmal verschlüsselt ist mit dem Schiffrierschlüssel. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wenn ich eine Wiederherstellung anstarte, in dem Moment sind definitiv meine Daten unverschlüsselt auf dem Backplace-Server. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, einen Restore anzustarten. Man kann sich die Daten höchstens noch schicken lassen, das kostet aber Aufpreis. Da weiß ich aber auch nicht, ob dann die Daten auf der Festplatte verschlüsselt sind mit dem Schiffrierschlüssel. Ich vermute eher mal nein, wenn das der Weg des Restores ist. So, jetzt ist das Ganze verfügbar mit 1,45 Gigabyte. Ich klicke einfach mal auf Herunterladen. Die Datei ist jetzt heruntergeladen. Ich klicke einfach mal drauf. Und wie du sehen kannst, die Datei ist gänzlich unverschlüsselt. Ich gehe jetzt hier mal auf, glaube ich, in Bilder hatte ich was drin, Pictures. So, jetzt nehme ich mal hier eine Datei. Klick mal, mache mal STRG C, STRG V. Und ich muss kein Passwort eingeben. Ich kann das Ganze einfach unverschlüsselt hier entzippen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, diese Datei liegt jetzt sieben Tage lang auf dem Backplace-Server, so lange, bis ich sie halt lösche. Und ob das Löschen hier wirklich ein Löschen ist, ist auch fraglich. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bekomme sie halt erstmal nur ausgeblendet. Tja, es ist anders gekommen, als ich gedacht habe, ich hätte gerne gezeigt, wie du ganz einfach ein Backup machen kannst und wie günstig das ist. Aber das ist jetzt einfach so ein drastischer Fail hier von Backplace, dass ich die ganze Lösung nicht empfehlen kann. Ich werde jetzt mal weiter schauen, welche Anbieter mehr Wert auf Datenschutz legen. Gerade weil das halt ein US-Unternehmen ist, finde ich das sehr kritisch, dass ich jetzt hier Daten unverschlüsselt rumliegen habe, entgegen den Werbeversprechen. Ja, da muss ich jetzt wohl auf meine Affiliate-Einnahmen bei Backplace erstmal verzichten. Ich packe trotzdem mal den Link in die Videobeschreibung. Aber schön ist das Ganze natürlich nicht. Ich gehe hier mal auf Konto löschen und damit ist die Geschichte dann auch vorbei. Ich gehe hier mal auf Konto löschen.